Hallo und willkommen zur dritten Folge. Die Fänger werden auf den Tasten befestigt und mit Kunststoffpolsterung versehen. Jetzt werden die Hämmer einzeln vorbereitet. Die Löcher werden nachgefeilt, die Breite angepasst und zum Schluss wird ein Test durchgeführt. Jetzt klebe ich Fahrradschlauchteile als Polsterung auf die Kontaktfläche. Nachdem alle Teile fertig sind, kann ich beginnen, die Tastatur zusammenzufügen. Die Bohrmaschine hat mehr als minderwertige Arbeit geleistet. Die Tasten waren in unterschiedlichen Höhen. Die zu hohen Tasten konnte ich wieder herunterfeilen. Die niedrigen bleiben so. Der bewegliche Teil auf der Schiene für das linke Pedal funktioniert. Mit den Hämmern haben die Tasten jetzt das richtige Gewicht, um nach dem Betätigen in die Ausgangsposition zurückzufallen. Wir sehen uns im nächsten Video, nachdem ich 61 Prellzungen ausgesägt und installiert habe.